Wende in Thüringen um 180 Grad, nachdem mehrere direkt gewählte, vor allem CDU-Abgeordnete, sich ganz klar für die AfD-Regierung einsetzen, für eine Koalition mit der AfD und die Brandmauer wirklich komplett einreißen wollen, ist das Ganze bei den Freien Wählern schon passiert. Die Freien Wähler haben im Sächsischen Landtag genau einen Abgeordneten. Genau diesen einen Abgeordneten bräuchte die AfD, um die Sperrminorität zu bekommen und dieser mit dem Namen Matthias Berger hat sich nun, wie scheint, wirklich dazu auch entschieden, nur in den Landtag einzuziehen, um eben auch der AfD ja zu verhelfen, diese Sperrminorität zu bekommen. Und das ist wirklich mal ein klares Zeichen, dass hier die Brandmauer wirklich gar nicht mehr steht und das, obwohl ja sogar noch der Chef der Freien Wähler aus Bayern, Aiwanger, ganz klar gesagt hat, unbedingt Brandmauer zur AfD, doch die im Osten haben wirklich die Nase gestrichen davon, generell von Mauern, aber auch vor allem von solchen Brandmauern. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, es ist wirklich eine Wende um 81 Grad in Thüringen. Hier der Fokus Online hat geschrieben, dieses Zitat auch, dann bin ich der Hüter der Verfassung. Ein Oberbürgermeister kann der AfD in Sachsen zur Sperrminorität verhelfen. Das Ganze hat es eben hier mit Matthias Berger hat es das Ganze auf sich. Warum? Weil hier in Sachsen plant Matthias Berger, einziger Vertreter der Freien Wähler im Landtag, eine CDU-Minderheitsregierung zu unterstützen, die von der AfD toleriert wird. Andererseits könnte er die fehlende Stimme zur Sperrminorität für die AfD werden. Also er hat wirklich die ganze Macht, er ist sozusagen auf einmal der mächtigste Mann Sachsens und kann das Ganze entscheiden. Laut einem Bericht hat er zuerst mal hier eine Minderheitsregierung der CDU und der Ministerpräsident Kretschmer mit ihm bevorzugt. Aber natürlich von der AfD, wenn das Ganze sowieso schon toleriert wird, dann muss man mal ganz klar sagen, hier, Parteipolitik, Berger, war schon immer egal, wie Leute abgestimmt haben. Also er ist genauso gut auch mit der AfD, also er könnte sich das genauso gut vorstellen, auch mit der AfD zusammenzuarbeiten. Des Weiteren hat eben Matthias Berger von den Freien Wählern nochmal ganz klar in den Vordergrund gestellt, es geht ihm um die Sache. Es geht ihm nicht darum, was eben BSW, Linke und so weiter, Union, ganz klar, worum es ihm immer geht. Es geht ihm um ihre Posten, dass sie in der Regierung sind, dass sie gut Kohle verdienen und so weiter. Nein, ihm geht es um die Sache. Und das Ganze unterstreicht sogar, dass er anfangs sein Mandat gar nicht antreten wollte, weil er allein gewesen wäre. Das zeigt nochmal, auch wenn er natürlich möglicherweise mehr Geld und so weiter groß verdienen kann im Landtag, trotzdem, er möchte für die Bürger eintreten und deswegen nimmt er jetzt auch das Ganze an. Er hat sogar gesagt hier, Zitat, dieses ganze AfD-Bashing ist schlechter Stil. Mir war schon immer egal, wie Leute rechts oder links von mir abgeschüttet haben, weil es um die Sache geht. Und das ist eben das Tolle. Er hat zum Beispiel auch hier 2019 eine Veranstaltung mit Björn Höcke im Rathaus zu Grümmer, ließ er zu. Ich meine, das sind alles Sachen. Warum denn nicht, wenn es um die Sache geht? Wenn jemand wirklich mal auch groß gewählt wird, wie Herr Höcke, wie die AfD, warum sollte man das nicht zulassen? Und das tut auch nochmal in den Freien Wählern, dieses Freie in den Vordergrund stellen. Und das ist, ich verstehe auch gar nicht, warum Herr Aiwanger so dagegen war, nochmal wirklich eine gute Botschaft auch, weil ob es die AfD ist, die Linke, die Grüne, man ist einfach in der Sache daran, das Beste für den Bürger zu wollen. Und ich glaube, das sollte am Ende des Tages das Votum, die Berufung eines jeden Politikers sein, dass man das Beste für sein Volk macht. Gleichwohl, wenn die Freien Wähler auch möglicherweise eine Kooperation mit der AfD verbieten, hält sich Berger eben alles offen. Hier steht es nochmal, die Freien Wähler haben sich auf dem Parteitag klar positioniert. Wenn er annimmt und uns im Landtag vertreten will, dann muss er die Regeln unserer Partei akzeptieren. Auch schon wieder, glaube ich, eine Äußerung, da kann man noch alles reininterpretieren. Auf jeden Fall hat er ganz klar gesagt, ich lasse mir nichts vorschreiben. Also er lässt sich auch nicht vorschreiben von seiner Partei, was er jetzt macht oder was er nicht macht. Weil das einfach nur pure Ideologie ist, die wir hier mal wieder sehen. Diese ganzen Leute sind einfach unfassbar machtgetrieben, unfassbar ideologiegetrieben, dass sie auch einfach nicht einer anderen Meinung zustimmen können. Und man kann ja von den Freien Wählern halten, was man will. Ich schätze den Herr Berger, vor allem das, was ich die letzten Tage von ihm mitbekommen habe, schätze ich wirklich sehr, weil er wirklich auch mal ganz klar das macht, was die Bürger brauchen. Und ich meine, wieso sollte er nicht unbedingt der CDU oder nicht unbedingt den Grünen oder nicht unbedingt der AfD in Sachsen im Sächsischen Landtag zustimmen, Ich meine, wenn die Grünen einen guten Antrag bringen, kann ich da genauso zustimmen. Ich muss dafür kein großer Fan bei den Grünen sein. Passiert halt wahrscheinlich nie. Deswegen kann ich es ja trotzdem machen. Genauso bei der AfD oder bei der CDU. Wenn jemand was hat, wofür man Deutschland weiterbringt, kann man dem Ganzen auch einfach mal zustimmen. Und ich glaube, das ist auch das Zeichen, das man jetzt in der aktuellen Situation senden muss. Pure Demokratie. Man redet mit jedem. Und das vor allem in der Situation, wo die AfD die stärkste Kraft ist, ob einem das gefällt oder nicht. Demokratie an die österreich Stelle. Der Wähler hat entschieden. Das Volk hat so gewählt. Und dafür setze ich mich auch einfach ein. Und ich meine, der Matthias Berger wurde von den Bürgern gewählt, weil er die Politik, die er macht, durchsetzen muss. Und dem Wähler war auch davor klar, hey, der arbeitet mit der Union, aber auch genauso gut mit der AfD zusammen. Und der könnte eben sozusagen das letzte Rädchen sein, was eben vor allem in Sachsen auch dann viele wichtige Entscheidungen blockiert sozusagen, die eben uns Bürgern massiv schaden. Und ich meine, wenn er das mit der AfD macht, warum denn auch nicht? Wenn es uns Bürgern hilft, dann ist es mir egal, ob es die AfD ist, ob es das BSW ist, ob es die CDU ist. Wenn was gemacht wird für uns Bürger, dann kann man das nur für gutheißen. Und ich meine, dass die Freien Wähler das kritisieren und sagen, ja, dann sanktionieren wir ihn vielleicht, wenn er da mit der AfD was macht und so weiter, kann ich nicht nachvollziehen. Passt auch nicht zum Kern der Freien Wähler, dieses Freie in den Vordergrund zu stellen, weil eigentlich sollte es immer darum gehen, das Beste für das eigene Volk, das Beste für die deutschen Bürger am Ende des Tages rauszuholen.